Schule im Gespräch, live von Tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Simon Kasel ist mein Gast und wir schauen heute auf den Klassenbucheintrag. 46 Klassenbucheinträge in einem Schuljahr. Lieber Simon, bevor wir über diese Liste an Versäumnis sprechen, wer bist du? Ja, mein Name ist Simon Kasel. Ich bin Lehrer an der Integrierten Gesamtschule in Trier, unterrichte dort die Fächer Englisch und Gesellschaftslehre und ja, es sind eine ganze Menge an Klassenbucheinträge. Ja, Klassenbucheintrag, werden wir gleich erklären, was das ist und hin und her. Aber tatsächlich, wenn es vorkommt, dass ein Schüler 46 Klassenbucheinträge in einem Jahr hat, beleuchten wir das mal. Was macht das mit diesem Schüler? Na ja, ich glaube, der Schüler weiß schon mal, dass er in einer Schublade drin ist. Ich glaube, wenn man 46 Klassenbucheinträge bekommen hat, dann hat man 46 Mal die Rückmeldung bekommen, die offizielle, dass man sich nicht so verhält, wie der Lehrer es sich wünscht und ich glaube, das ist schon mal ganz klar eingebrannt. Was ist ein Klassenbucheintrag? Also du arbeitest in einer Schule, viele Lehrerinnen und Lehrer oder Schülerinnen und Schüler hatten das, kennen das, aber was ist das denn jetzt, wenn man das mal juristisch betrachtet? Genau, also ein Klassenbucheintrag, damit geht ja einher, dass ich damit festhalte, dass ein Kind sich nicht an die allgemeinen Regeln der Klasse und der Schule gehalten hat. Es ist auch eine Mitteilungspflicht an die Eltern, sobald ich etwas ins Klassenbuch schreibe, muss ich die Eltern auch umgehend darüber informieren. Das ist so ein bisschen der formale Hintergrund dessen und es ist natürlich etwas Offizielles. Der Klassenbucheintrag bleibt stehen, also ist quasi archiviert und ist halt nicht etwas anderes, als wenn ich etwas ins Hausaufgaben hätte. Also ich frage jetzt mal nach, was ich schon erlebt habe. Der Lehrer trägt etwas ins Klassenbuch ein, Schüler XY benimmt sich nicht, ist laut, stört, schlägt. Wenn dann keine Elternmitteilung folgt, da ist etwas falsch gelaufen. Genau, dann kann es natürlich tatsächlich nachher auch formell schwierig werden. Also es ist ja dann manchmal so, die nächste Stufe ist ja dann, dass man einen schriftlichen Verweis ausstellt oder vielleicht sogar eine Klassenkonferenz einberuft. Und dann kann es ja schon mal vorkommen, dass man dann den Eltern vorliest, ja, wir sind unzufrieden mit dem Verhalten ihres Sohnes, ihrer Tochter, weil das ist vorkommen, das ist vorkommen, das ist vorkommen. Und dann fragen sich die Eltern ja, aber wir haben davon ja noch nichts erfahren. Und dann prägt man sich als Lehrer natürlich in Erklärungsnot und das sollte man vermeiden, indem man eben halt, wenn man was einträgt ins Klassenbuches, dann auch umgehend an den Eltern rückmeldet. Also ein Klassenbucheintrag, da gehört zu diesem Tadel, gehört die Rückmeldung an die Eltern. Was passiert ist? Wo ist da tatsächlich die Grenze? Wann würdest du jetzt als erfahrender Lehrer diesen Klassenbucheintrag schreiben? Oder wann ist dieses verschriftlichte Dokument dann vielleicht eine Schippe zu viel? Ja, ich glaube, es muss ja immer einen gewissen Sanktionsmechanismus auch geben in der Klasse. Und man muss ihn aber, denke ich mal, mit Fingergespitzengefühl einsetzen. Das heißt, ich würde mir wünschen von meinen Schülern, dass wenn sie sie gegen Regeln verstoßen und dann muss ich erst mal das akzeptieren. Schülter verstoßen gegen Regeln, das ist normal. Aber natürlich bin ich das Lehrer auch in der Pflicht, das versuchen zu unterbinden. Also beginne ich mit einer Ermahnung. Und das heißt im Normalfall, im besten Fall, teile ich eine Ermahnung und damit weiß das Kind, was ich von ihm erwarte und es hält sich wieder an die Regeln. Wenn das nicht funktioniert, muss ich natürlich die Sanktionsleiter auch etwas höher gehen. Das kann dann eine zweite Ermahnung sein. Das kann auch eine Sonderaufgabe sein. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich muss die Eltern informieren. Dann könnte ich den Eltern auch das mitteilen, erst mal inoffiziellem Wege. Und erst, wenn das alles gelaufen ist und ich merke, dass das funktioniert nicht, dann könnte ich mir überlegen, zu sagen, jetzt möchte ich auch mal ein Zeichen setzen und dann diesen offiziellen Weg gehen des Klassenbucheintrags. Wobei ich immer vorschalten, nein, nicht immer vorschalten, das hängt sich auch von der Massivität des Vergehens. Natürlich gibt es Dinge, wenn es um körperliche Auseinandersetzung geht, dann muss das natürlich festgehalten werden. Das ist auch wichtig. Vielleicht gibt es dann auch sogar eine höhere Sanktion als nur ein Klassenbucheintrag. Aber das sind Dinge, die müssen ja auch archiviert werden. Also wenn jetzt jemand einem auf dem Schulhof die Nase bricht und immer weiter draufschlägt. Genau. Dann sind wir vielleicht auch über dem Klassenbucheintrag, dann gibt es noch höhere Dinge, die die Schulordnung vorsieht an Ordnungsmaßnahmen. Aber genau, das wären halt Dinge, wo ein Klassenbucheintrag wichtig ist. Aber also was mir immer wichtig wäre, im Vorhinein zu tun, ist einfach die Kommunikation mit dem Kind und auch die Kommunikation mit den Eltern. Die Kommunikation mit den Eltern findet natürlich wesentlich fruchtbarer erstmal statt, wenn ich mit den Eltern spreche. Das heißt, im Normalfall würde ich versuchen, wenn ich sehr unzufrieden bin mit dem Kind und der Einstellung, mit den Eltern das Gespräch zu suchen. Eltern wollen das Gefühl haben, dass man dem Kind nichts Böses möchte, dass man natürlich erwartet, dass es sich an die Regeln hält. Und das geht oft sehr gut in einem Gespräch. Ein Klassenbucheintrag und eine schriftliche Mitteilung an die Eltern ohne vorheriges Gespräch, setzt natürlich auch so eine gewisse Konfrontation. Das mag manchmal auch wichtig sein und richtig sein. Häufig ist aber, glaube ich, der Weg, der mehr Erfolg verspricht, dass ich mit den Eltern ein Gespräch führe. Du hast von einer Sanktionsleiter gesprochen. Also es ist dann auch wichtig, wenn ich dich richtig verstehe, dass den Schülerinnen und Schülern transparent ist. Für diese Aktion gibt es jetzt diese Sanktion und Klassenbucheintrag ist ungefähr in dieser Höhe von Vergehen angebracht. Und dann fällt da niemand aus den Wolken, dass er einen Klassenbucheintrag für zweimal Schwätzen erhält, sondern diese Leiter von verschiedenen Verstößen und Maßnahmen, die sind den Schülern dann schon transparent. Ja, also ich denke gerade den Älteren. Aber generell diese Maßnahmen, ja, wobei ich immer noch bei den pädagogischen Maßnahmen bin, die ich auch nochmal differenzieren kann. Ich kann sagen, ich ermahne dich. Ich kann sagen, okay, dann schreibst du mir halt diese Sonderaufgabe bis morgen. Und ich kann aber auch sagen, jetzt ist es soweit, dass du am Freitag nach der 6. Stunde hier bleibst und vielleicht eine Stunde nacharbeitest, was du jetzt im Unterricht nicht mitbekommen hast. Also auch unterhalb der offiziellen Maßnahmen finde ich es wichtig, dass die Kinder das wissen, die Sanktionen kennen. Und dann darüber hinaus, genau, gibt es einen Klassenbucheintrag, der ja auch gleichzeitig ein schriftlicher Tadel ist. Das ist ja auch der Begrifflichkeit zu bleiben. Ein Klassenbucheintrag ist ja das Gleiche wie ein schriftlicher Tadel, den ich als Lehrer erteile. Wir kommen jetzt nochmal zurück zu unserem Beispiel 46 Klassenbucheinträge im Jahr. Wir nehmen an von einer Lehrperson. Ich habe dich eben gefragt, was macht das mit dem Schüler oder mit der Schülerin? Ja, es ist permanent negative Rückmeldung und wahrscheinlich ab Klassenbucheintrag Nummer 20 nimmt man das nicht mehr so bedeutend. Aber was macht das denn mit der Lehrperson oder wann? Also das gibt es ja, vielleicht jetzt nicht in dieser Höhe, aber es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die mit Klassenbucheinträgen gefühlt um sich werfen. Was macht das mit diesen Kolleginnen und Kollegen? Die Kollegen haben ja auch einen Grund dafür. Also zum Ersten gehen sie oder werden sie ihrer Pflicht oder gehen sie ihrer Pflicht nach, eben Verstöße festzuhalten und auch die Eltern zu informieren, was ja auch wichtig ist und seine Berechtigung hat. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn ich natürlich einem Schüler eine solche Zahl an Klassenbucheinträgen gebe, dass es natürlich inflationär wird und am Ende auch sich nicht zum Besseren wenden wird. Aber wir müssen ja auch erkennen, dass es oft Schülerverhalten gibt, was mich als Lehrer unglaublich unter Druck setzt, was mich stresst und was ich auch nicht lösen kann, weil es eben nicht an mir oder meiner Beziehung zum Schüler liegt, sondern weil es andere Gründe gibt, warum dieses Kind sich oder momentan nicht in der Lage ist, sich an diese Regeln zu halten, die ich als Lehrer dann auch an einem gewissen Punkt auch nicht mehr beeinflussen kann. Aber grundsätzlich, also man kann diese Situation, ohne dass man einzuleiten, kennt ihr jetzt nicht genau bewerten, aber der Klassenbucheintrag sollte in der Wahrnehmung von Lehrerinnen und Lehrer schon eine relativ oben angesiedelte Sanktionsmöglichkeit sein. Da gibt es ja zuerst, wie du sagtest, pädagogische Mittel, die man vielleicht zuerst dann einsetzen sollte. Genau. Das finde ich wichtig, aber ich finde genauso wichtig, weil das muss man ja auch, was ich eben erwähnt habe, es gibt ja Situationen, die einfach auch für mich als Lehrer nicht lösbar sind. Wenn ich denn dann bin bei einem Klassenbucheintrag, beim ersten, beim zweiten, beim dritten, dann muss ich sagen, okay, das führt auch nicht zu gewünschten Verhaltensänderungen. Was mache ich jetzt? Und dann auch ganz wichtig, wo kann ich mir Unterstützung und Hilfe holen? Weil das ist auch oft was, was man als Lehrer, man möchte immer das Gefühl haben, ich kann das, ja, ich regle das, weil ich ja Lehrer bin und das meine Aufgabe ist, aber es gibt Situationen, mit denen kann ich als Lehrer nicht allein fertig werden. Das kann ich auch nach, weiß ich nicht, wenn auch schon über zehn Jahre im Dienst, aber die Situation erlebe ich auch immer noch. Und dann muss man auch wissen, okay, wo kann ich, was ist der nächste Schritt? Wo kann ich mir Hilfe holen? Bei Kollegen, bei der Schulleitung, bei der Schulsozialarbeit. Da gibt es ja mittlerweile an Schulen meist mehrere Anlaufstellen und die sollte man dann auch kontaktieren und dann gemeinsam überlegen, was können die nächsten Schritte sein, die die Situation verbessern. Weil darum geht es. Es geht ja darum, dass die Situation sich für mich als Lehrer und eben natürlich auch für den Schüler löst. Es geht ja nicht darum, möglichst diese Sanktionsweiter schnell hochzulaufen. Also wenn ich richtig verstehe, wenn ich als Lehrer mit vielleicht mit einem einzelnen Schüler, mit einer Schülerin immer in Versuchung komme, inflationär vielleicht den fünften, sechsten Klassenbucheintrag im Halbjahr zu verfassen, dann wäre das für mich dann auch das Zeichen zu überlegen, Moment, stimmt jetzt irgendwas an der Beziehung nicht, an meiner Wahrnehmung? Und dann wäre der Klassenleiter oder vielleicht die Schulsozialarbeit ja dann der richtige Ansprechpartner. Genau. Ja, und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, auch aus Lehrersicht, um mich selbst zu entlasten. Weil ich glaube auch nicht, dass es viel Lehrer gibt, denen das Spaß macht, Klassenbureinträge zu verteilen. Und wenn ich es an den gleichen immer wieder verteile. Ich merke ja auch selbst, es wird nicht besser und ich bin in so einer Frustrationsrolle dann drin. Ich weiß, es wird nicht besser und ich möchte es aber auch nicht hinnehmen, das Verhalten. Und das ist auch richtig so, dass man das Verhalten so nicht hinnimmt und nicht aufgibt und sagt, es ist einfach so. Aber man muss einfach seinen Horizont erweitern und schauen, okay, wo kann ich denn andere Unterstützung bekommen, wo kann ich vielleicht andere Wege finden, das Problem zu lösen. Also schlussendlich ist ein Klassenbureintrag ja auch ein pädagogisches Mittel. Und wenn ich merke, ein pädagogisches Mittel wirkt nicht, dann sollte ich bei den anderen Profis ja schauen, die es in der Schule gibt. Genau. Lieber Simon, vielen Dank für das Gespräch. Wir hoffen, dass Sie alle ohne Klassenbucheinträge durch die Woche kommen. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail at seminare-tria.de. Gerne auch Daumen nach oben oder sprechen Sie über dieses Podcast oder diese YouTube-Sendung. Und am schönsten wäre es, wenn Sie nächsten Dienstag wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Dienstag, also bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Dienstag. Kolleginnen undfunding, bis zum nächsten Dienstag! Tschüss. Tschüss! Bis zum nächsten Dienstag!